Die Fahre auf der Straße weiter. Weil der Radweg geht nur 100 Meter. Muss ich nicht. Ich muss einen Abstand von Längern zum Rand. Ein Meter ist mir zugelassen. Was ist der Gegenteil der Gerüchtlingsnahme? Gegenteil der Gerüchtlingsnahme. Ich habe meine Rechte. Also darf ich einen Meter Abstand haben. Ich muss nicht ganz am Rand fahren wie ein Idiot. Gebt den Autofahrern Platz, dass sie dich eng überholen. Da soll man im Doring-Bereich fahren. Ja, nee, ist klar. Ich habe sogar einen Führerschein, was Sie wahrscheinlich noch nicht mehr haben. Sie kennen doch nicht mal die Gesetze. Viel Spaß im YouTube zu finden. Viel Spaß, dass Sie sich auf YouTube finden. Hast du so einen kleinen Schwanz? Ich habe gar keinen Blödjahr. Viel Spaß bei YouTube. Du bist die ganze Zeit auf Video. Fußweg fährt. Das ist ein Fußweg. Nein, das ist ein Fußweg. Oder hast du ein blaues Zeichen gesehen? Das, was du Kacke machst, ist Kacke. Auf dem Fußweg Vollspiel fahren. Da hast du recht. Aber einigen, wo uns Frauen fliegen ist immer besser als zehn. Ja, auf Rechte verzichten ist dumm. Was ich sag, was meinst Du eigentlich mit Führerschein? Kann man ja mal einen Führerschein machen bis du mal die Gesetze kennen. Ihr meint jetzt ein Autoführerschein, oder? Ja. Ein Meter Abstand, sagt der Gesetzgeber. Das ist ein Witz. Das ist immer ein Witz.